Musik Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Hochgelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im Allerheiligsten Sakrament des Altares, von nun an bis in Ewigkeit. Bieten wir miteinander den siebten Tag der Novene heute. Wenn ihr ganz arm geworden seid, überschütte ich euch mit Gnadenschätzen. Wenn ihr ganz arm geworden seid, überschütte ich euch mit Gnadenschätzen. Wenn ihr aber eure eigenen Sicherheiten habt, wenn auch nur wenige, oder sie sucht, befindet ihr euch auf der rein natürlichen Ebene und folgt dem natürlichen Lauf der Dinge, der oft von Satan behindert wird. Ein Mensch, der immer alles erörtert und abwägt, hat nie Wunder gewirkt, nicht einmal ein Heiliger. Nur wer sich Gott hingibt, wirkt auf göttliche Weise. Wenn du siehst, dass alles komplizierter wird, schließ die Augen deiner Seele und sprich, Jesus, sorge du. Und das wollen wir jetzt wieder miteinander beten. Jesus, sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich gebe mich dir hin, sorge du. Oh Jesus, ich gebe mich dir hin, sorge du. Oh Mutter, ich gebe mich dir hin, sorge du. Jesus, sanft und demütig von Herzen. Bilde unser Herz nach deinem Herzen. Oh Jesus, ich vertraue auf dich, sorge du. 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 Jesus, sanft und demütig von Herzen. Oh Jesus, sanft und demütig von Herzen. Bilde unser Herz nach deinem Herzen. Oh Jesus, ich gebe mich dir hin, sorge du. Oh Jesus, ich gebe mich dir hin, sorge du. Oh Mama, ich gebe mich dir hin, sorge du. Oh Jesus, ich gebe mich dir hin, sorge du. Oh Jesus, ich gebe mich dir hin, sorge du. Oh Jesus, ich gebe mich dir hin, sorge du. Oh Jesus, ich gebe mich dir hin, sorge du. Und ich werde sorgen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 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 Amen.